Herr Hörn, wir sind die Nationalmannschaft der USA, der amtierende Weltmeister. Und das bedeutet, dass alle anderen Teams in diesem Turnier bemüht sind, uns zu stürzen. Aber das werden wir nicht mitmachen. Wir sind fokussierter und entschlossener als alle anderen Teams bei der WM. Wir haben eine erfahrene Aufstellung. Fehler, Unkonzentriertheiten und Nachlässigkeiten dürfen wir uns nicht leisten. Heute setzen wir ein Ausrufezeichen. Hunter, vielleicht kommst du später rein, um uns frische Beine, frische Ideen zu bringen. Also los, Ladies!